Der kleine Taper-Bär, der kleine Taper-Bär, der Taper durch die Gegend, der ist der Taper-Bär, weee! Aaaaaaah! Hallo und herzlich willkommen zum Horror-Montag mit Five Nights at Freddy's 3 Bitch! Ein herzliches Dankeschön an den lieben Herrn Tepper. Viele von euch wollten, dass wir dieses Spiel am Horror-Montag spielen, allerdings hatte ich es nicht und deswegen hat er es mir einfach kurzerhand geschenkt. Also, sehr spontan. So, dann rocken wir die Bitch einmal. Das ist viel zu laut. Das ist viel zu laut. Kann ich... Aus dem Bild rausklicken, ja, das hat... Five Nights at Freddy's 3 funktioniert nicht mehr! Geil! Horror-Spiele sind toll! Darf ich jetzt? Wie? Jetzt funktioniert's! Wow! Ich komme hier schon wieder aus dem Bildschirm raus. Hey, hey, glad you came back for another night. I promise, it'll be a lot... Was, ein Obama? Hi, Obama! Hi, Obama! Hi, Obama! Nein, 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 nein! Nein, das war eine Scheißidee! Nein, das war eine Scheißidee! Nico! Ich habe erst Kähn geprüft! Das Spiel schließe! Fünf Nights at Freddy's! Eine Chance hast du noch, Spiel! Eine! Macht schon ziemlich Spaß! Kein Wunder, dass ich mir keine Horror-Spiele kaufe! Nein, Nico, ich weiß gar nicht, warum du dir keine Horror-Spiele kaufst! So, äh, okay. Wunderbar. Audio-Device. Was tue ich? Was? Was? Alter, tue ich hier. Ja, ja, ja. Langweilig. Der Typ ist in Spielzeit jetzt schon seit einer Stunde, eigentlich seit zwei Stunden am Reden. Du redest seit drei Stunden, du Affe. Okay. Alles klar. Denke ich. Du hast ganze vier Stunden gelabert, du Affe. Ich reboote. Ich mache wahrscheinlich alles falsch. Alle schreien sie mich an. So wie die Monster gleich. Guck mal, das müssen wir doch jetzt wohl schaffen, oder? Das ist fast... Ist was vorbei. Alles wunderbar. Okay. Das macht schon ziemlich... Oh. Warte, was? Was? Hey, geil. Okay, Jungs, wir sehen uns. Bis dann. Halt deine Schnau... Halt deine Schnau... Halt deine Schnau... Nö, ich folg dir nicht. Ich glaub, ich bin behindert. Follow me. Follow me. Hi. Nicht das Spiel, was ein bisschen anders war? So mit der Perspektive anders oder irgendwie Penis? Ich hab keine Ahnung. Follow me. Nein. Willst du nochmal sagen? Follow me. Komm mit mir. Steht. Nein. Ey, du Affe. Das ist eine ganz genaue Rekonstruktion von den Leuten, die in meinen Kommentaren die ganze Zeit unterwegs sind. Follow me. Kannst du mich hier auch mal abonnieren? Kannst du mich mal abonnieren? Ich hoffe, meine Videos gefallen mir. Abonnieren. 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 Ach, guck, wo wir sind. Wow. Soll das unser Platz hier sein? Schön. Kann der da nicht drauf aufpassen? Muss ich halt nicht machen. Der kleine Taperbär. Der kleine Taperbär. Der Taper durch die Gegend. Der ist der Taperbär. Weh. Ja, ganz normaler Tag. Ich stehe auch immer durch die Räume und plötzlich... Ah. Weiß immer noch nicht, was ich tun soll? Ich beboote einfach mal und höre dem jetzt wieder für vier Stunden zu. Habe ich gerade was gehört? Junge, hör auf zu labern, Alter. Bist du eigentlich behämmert? Hoi. Hoi. Ich mach mal gerade hier, ähm. Hi. Hi. Jetzt wär's mir schon ganz lieb, wenn wir wieder ein bisschen labern, so, ne? So, äh, hallo, es ist 1 Uhr nachts. Und wenn ich aufhöre, es ist 6 Uhr morgens und die 1. Nachts ist einfach nix passiert. Hi, ich mach ganz schnell hier. Hi. Hi. Oh, hi. Oh, hi. Was war das denn? Nicht erschrecken. Irgendwie ist das Spiel ja schon ziemlich langweilig, lieber Scott Cawton. Ich fand's übrigens schon ziemlich cool, dass ich mich am Anfang der Jumps, es hat sich was bewegt. Und ich erst mal, ist ja gar nicht gruselig. Dieser Moment, dass ich das realisieren musste. Das ist nicht gruselig, wahr? Oh. I hope there are not any weird jumpscares going on. Guck mal, das ist der Ausgang. Können wir da nicht einmal durch verschwinden? Oh, oh. Oh, oh. Ventilationsfehler! Error! Piep! Gameplay, everyone! Hearts of Iron 4? Klopst in die Tonne, Alter! Five Nights at Freddy's 3? Das ist, wo der Shit abgeht. Ich hab was gehört. Dann ist der verdammt noch mal lahmste Jumpscare, den ich jemals gesehen habe. Und man hat mir schon einfach ein Bild von einer Frau ins Gesicht geschmissen. Und mit einem lauten Geräusch kaschiert. Selbst das war besser! Was ist denn das? So eine Bewegung. Uuuh. Was ist daran gruselig? Das ist doch viel zu langsam. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich krieg die Tür nicht zu. Komm, einen Scheißversuch noch, Alter. Ob ich echt keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe. Das ist halt schon echt ziellicher Aids. Oh, da oben war er. Ist er jetzt zufällig? Nope! Alles klar! Alles klar! Hallo? Ach, ein Video-Error. Ja. Schön, da mach ich mal. Zack! Tolle Kameras habt ihr hier! Tolles Audiosystem habe ich auch. Wenn ich an meinem Handy jetzt ein Telefonat führe, ist das danach am Arsch! Das ist Hi! Einfach am Arsch! Hi! So, ich mach jetzt hier mal Geräusche. Gleich logge ich dich nochmal woanders hin. Ich bin der Graf. Ich fand das Spiel geil. Jetzt haben wir endlich Five Nights at Freddy's 3 von dem Grafen gesehen. Und damit sag ich... Bis zum nächsten Mal und... Ääääh! Ich weiß, dass das Spiel behindert, Alter. Musik